Ist an. Hallo meine Lieben. Ihr seht, ich bin in dem wundervollen Stadtpark Drosdorf, also in dem Tierpark, wo die tollen Rehe und Hirsche sind. Was ich aber leider gesehen habe, Zaun, Tiere sind Wildtiere. Wie kann man gegen den Zaun treten? Wie kann man gegen den Zaun hauen? Es sind Lebewesen, die Eltern gucken weg, die sagen nichts. Also wie gesagt, passt auf, genießt es, füttert die Tiere, seid freundlich, aber nicht dagegen treten, weil Wildtiere, die wehren sich. Wie gesagt, viel Spaß hier im Park. Euer Markus.